So, hallo hallo, dann sind wir auch schon wieder zu Let's Play Deus Ex. Ja, wir haben aber herausgefunden, wir können hier gar nicht durch. Denn dahinter ist nämlich jemand. Hmm, und wenn wir durch die Wand punchen, töten wir sie automatisch. Das heißt, wir müssen einen Umweg nehmen. Irgendwie nach unten. Was haben wir denn hier? Spirits? Oh mein Gott. Hallo, kann ich irgendwann mein Inventar auch mal leer machen, soviel wie ich hier hab? Gasgranate. Was droppet, was brauche ich denn zum Kacke da? Boah, 60 FPS ist cool, aber gleich wenn das wieder in die Action geht, dann ist es wieder weniger. Haben wir nochmal einen Spirits? Ne, einen Wodka. Sag mal, äh, Granaten haben wir nicht. Warte mal, 4, 5 Pepper, Cyber Bros. Ähm, X-Men, was bringt der denn? Oh, zwei volle Dinger haben wir dann direkt. Guck mal, dann essen wir das einfach einmal. Joos. Und wieder ein bisschen mehr Platz. Können mal gucken. Haben wir denn hier eigentlich? Unlock. Hm, interessant. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Okay. Jetzt nach oben und irgendwie da nach hinten zur Seite. Da hinten hin. Oh. Oh. Oh, super. Können wir die denn jetzt alle ausknocken? Bitte. Komm zu mir. Okay, wir haben eins, zwei, drei, die so herum patrouillieren. Wir haben noch welche oben. Wir müssen nach da hinten. Da haben wir keine Möglichkeit durchzukommen, okay. Okay, gut, wir können nichts. Boah, das wird schwer. Wir können nichts machen. Wir müssen uns nicht entdecken, wann wir gehen da. Oh mein Gott, bleib doch mal ruhig hier, ey. Oh, man kann sich, glaube ich, nicht verstecken, nee. Super, ausweglos, was sollen wir hier machen, bitte? Wir können uns da vorne reinhacken, was wir nicht können, weil wir nicht die Zeit haben und können den Alarm ausmachen. Heißt, die Idee ist auch schon mal schwachsinnig, aber... Sehr gewagt. Ich könnte den Typen jetzt nicht anschießen. You caught him? No, he caught him. Man down, I think he's alive. Wow, great. He is moving to attack. I think he is alive. Wow, granate. Wow, an EMP granate. Ich will keinen umbringen, ey. Ich habe nur noch einen Schuss. Davon habe ich nur noch einen Schuss. Das heißt, ich muss aufpassen. Ja, ich bin hier. Okay. Wenn ich jemanden retzen möchte. Wenn er sich bückt, haue ich ihn. Okay. Haha, so geht's auch. F5. What the... Where are you running to? Don't! Come on back! Where are you running to? Don't! Where are you running to? Hey Carter, where is yours? Hier bin ich. Das heißt, jemand ist da um die Ecke. Da sollen wir kommen. Ich bewege mich doch gar nicht. Was wollen die Leute denn? Ich hulle den ich auf ihn. Not den whereạ! Wut, wie gut mein Arb. Ich bin hier, wurde ich tot. Daendreher! Auch zurück... Gut, dass er gesagt hat, dass er reloaden muss. Dann bin ich nämlich direkt einfach auf ihn zugenannt. Da haben wir dann Credit Chips. Tranquilizer. Wow. Die mit ihrer behinderten Shotgun. Hui, hier bin ich. Du verdammt! Lass ihn raus! Was haben wir denn da? Ich will ihn ja nicht töten. Ich will hier keinen töten. Ich habe dich jetzt raus! Hüah! 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 Du Bastard! Au! Pfff, Pan-Killer ist heil nämlich oder was? Wow. Den habe ich jetzt verfehlt. Action über Action. Ja, das Problem ist, ich habe keine Tranquilizer-Darts. Normalerweise würde ich gerne welche kaufen. Aber die sehen keinen Shot, ja. Und ich will ja auch keinen unten umbringen. Aber wenn die den jetzt umbringen, ist das nicht meine Schuld. Erzähl muss ich jeweils nach oben. Oh, der ist jetzt über mir, okay Ah, nein, empty, empty, empty Ja, super, jetzt ganz plötzlich hätte er mich verloren Mit den Kollegen hier unten? Ja, jetzt können wir auch in Ruhe speichern Ich versuch mal jetzt den Alarm hier auszumachen Super, komm doch mal runter hier So, lauf, 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 dunkel Lauf, 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 lauf Oh mein Gott, weshalb ist das versiegelt? Den Typen, den packe ich mir jetzt Oh, you're a dead Ying was Was? Jetzt die Frage, okay, ich spring mal hier runter Was das mir bringt Passfinder 300 Cool, dann müssen wir nicht mit dem Aufzug fahren und so Vielleicht noch mehr Leute Aufregen, mein Gott, ey Ja, das ist schön hier Was? Ja, das ist okay Was? Ja, das ist okay Das ist okay Anscheinend haben wir hier einen geheimen Raum gebaut Haben die hier einen geheimen Raum gebaut Haben die hier einen geheimen Raum gebaut Wo die Elisa halt her kamen, hm Ja, leiben wir jetzt hier oben? So, wenn jetzt jemand hier kommt Britzle ich den Der hat er verdient Hallo Hallo I do not have a confirmation yet at least hah Hallo If anyone is hiding here you better come out Einen Trankdaten habe ich noch, ich benutze mal lieber die 3, stecke mich hier, ok hier hier haben wir den, den werde ich als nächstes ausschalten ja, es ist zwar schwer, oder was heißt schwer, es ist zwar komisch mit dem wir wollen niemand töten vielleicht haben wir dadurch den bisschen weg gefunden, indem wir einfach umgehen Ah, super, eine Kamera hier, bewegt sie sich auch? Oh, super, für die Stuntpistole haben wir jetzt auch nicht mehr so viel Munition Oh wow, und da ist noch so ein riesiger Typ Super, ich sehe jetzt gerade, wir haben für die Stuntpistole auch nicht mehr geniegend Munition Oh wow, super, was machen wir da, was machen wir da? Ok, wir müssen den anderen Typen besser ausschalten den da weil wir müssen Ich glaube ich warte bis der Typ hier ist, weil der mit der Heavy Rifle, der macht mir schon ein bisschen Angst Da muss ich irgendeinen Weg finden, da runter zu kommen Wird schwer, wird schwer ohne jemanden umzubringen mit so wenig Munition wie ich hab Aber was heißt für wenig Munition, ich hätte 36 in der Pumpgun und sowas, ist ja nicht das Problem So, mitnehmen, so ich denke den oben schalte ich jetzt auch noch aus Ich versuch's den zumindest auszuschalten Hey du, spam So Noo, eine Sniper Rifle, aber die sind nur tödlich Also mit Trank-Dart. So, jetzt haben wir aber hier oben alle ausgeschaltet. Weiß ich nicht. Wie machen wir das am besten? Also wir müssen hier nach unten. Hm, die gucken da, die gucken da. Unten haben wir wen. War hier nicht irgendwas zum Hacken? War wir halt irgendwo anders. Da haben wir aber auch noch einen Turret. Hallo, was können wir da bitte sch... Ah, da ist was zu mecken. So, was haben wir denn hier? Zack. Spam. Zack. Zack. Okay, keine Fehler eingehen, direkt abnehmen. Was auch immer diese Securing-Bar. Super, was soll ich denn da machen? Na gucken, was habe ich denn hier? Ich habe einen Praxis-Point. Das haben wir voll. Voll. Das brauchen wir nicht. Ah, das können wir machen. Weil wenn die in eine EMP-Granate werfen, dass wir da kein Problem mehr haben. Stimmt, dahin ist ja ein Typ. Seht ihr mich? Okay. Was machen wir, was machen, was machen wir? Ich spreche mal hier. Ich weiß nicht, ob sie mich sehen, wenn ich mich hier hinbewege. Wir müssen etwas... Wir müssen etwas suchen, einen Weg außen herum. Guckt er jetzt, da können wir nicht entlang gehen. Rauchen ist schlecht für die Gesundheit, das musst du doch wissen. Rauchen... So. Also. Raucht nicht, sonst endet ihr so genau wie ihr. Soll ich jemand von hinten erdrosselt. Au. Ein Raum. Oh, bitte, bitte, bitte. Daumen drücken, dass ich hier irgendwo hacken kann und die Kameras und so was alles ausmachen kann. Oh, also kann ich einfach so benutzen. Ja, dann, ja, 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 shit. Wow, echt? Ich habe eine ganze Waffe aufgehoben, die ist nur mit einem geladen. Äh, obwohl es stimmt, halt. So. Heck. Heck. Access point. Yay. Geil. Wir können, wow, die eine ausmachen. Eine Kamera hier vorne. Wir können jetzt aber nicht viel. Aber es ist aber nicht ein, das, das, und zwar. Wir können jetzt nämlich hier hingehen und gucken, was hier ist. Hier ist ein Storage Verschwenden wir unsere Ammo Wir haben ja so viele Hier ist aber auch noch was Zack, reinhacken Vielleicht finden wir irgendwo mal etwas, womit wir den Turm vielleicht umstellen können Wow, hier und hier So, keine Kredits Pocket Secretary Jetzt sind wir da auch hergekommen Super Schnell, irgendwo Platz machen, wir brauchen Platz, Platz, Platz Ah, juselt So Damit haben wir 10 mehr Hälfte, das ist mir eh egal Worum es mir noch ging ist, wir haben wieder Tranquilizer Darts Der Typ überwacht schön alles Jetzt hat er sich umgedreht Ah, ok Drop it So So Wenn wir jetzt da so gucken Da ist der Turm, unter mir ist der Typ Der guckt jetzt weg, der eine Typ guckt hin Ich denke, ich werde jetzt so nochmal herum gehen Und den Typen ganz hinten ausknocken Dann werde ich mich von hinten nach vorne langsam vorarbeiten Ich hoffe, er sieht mich nicht Wichtig ist, dass der Turm mich hinten nicht sieht Ich muss ihn aber noch irgendwo ganz schnell verstecken Hello If anyone is hiding here, you better come out Nein, hier ist keiner sich am verstecken Und er wartet hier auch nicht an der Ecke bis du kommst um dich zu punchen Ah ok, der geht nur so weit Hello If anyone is hiding here, you better come out Sounds like you're chasing after ghosts again I'll try over there On it, sir Maybe anyone is hiding here So, hier schön Unseren Schreibtisch verstecken Komm her So Niemand war jemals hier Oh, dieses Turret da vorne, ey Wenn's wegguckt, schmink ich rüber So, hop Ah, I'm not over there. Empty. So. So, da muss ich nämlich hin, da unten. Heißt, ich muss achten, wie der Dicke guckt. Ich weiß nicht, wie ich den Dicke ausschalten soll. Ob ich den überhaupt punchen kann, weil der ist ganz gut gepanzert. Schöner Kapp hier. Okay, wir haben es geschafft. Punchen wir hier durch? Ne. Komm, wir essen der Pepper. Ja. Wenn wir anders hier durchgehen können. Ne, aber wir sind unten. Jensen, ich habe ihr Progresse durch den 3D-Layouten. Du bist nah an der Funikulare. Es gibt eine Chance, dass er da sitzt und ich für mich ist. Wo wäre das Spaß? Du musst es nennen und warten. Oh, und Jensen? Wenn du das machst, sie werden wissen, wo du bist. Okay. Okay. Wir haben alle Platz in der Mitte. Wenn ihr entscheidest, komm hier runter, wir werden nicht sehr weit weg. Hier ist sie. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Aus den Maschinenpistolen. Das kann echt schon ab und zu anstrengend sein, wenn man versucht, niemanden umzubringen. So, der hat uns jetzt den Hinweis gegeben, wir müssen da jetzt rein. Wenn wir das aber machen, weiß jeder, wo wir sind. Ich muss hier hin. Schon wieder so ein beschissener Raum, ey. Wieder ein Turret. Ich finde ihn, du kleine Sch***. Und hier haben wir zum Beispiel eine Leiter. Und dann sind wir schon mal außen herum gegangen. Was haben wir hier? Ist nichts. Ich glaube hier nur ist der Roboter angeschlossen. Okay. Ah, okay. Nein, du hast nichts gesehen. Nein, du hast nichts gesehen. Dann hacken wir uns mal hier schnell rein. Wir müssen jetzt warten Ja, bis der Aufzug da ist Gut, da hätten wir das eher machen sollen Wir hätten die ausschalten können und hätten wir den turret hacken können Und der würde nämlich jetzt alle abschießen Stattd rauf als weiter zur Seite Ich glaube, die Anbauern hier auch diesen Gang Kommt hier aber nicht MP-Granate... Nö, 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 nö... Ich bin doch schon lange nicht mehr da, was machen die denn da? Wow, schade, da hat mich jemand gesehen, ich wollte mich an beide da hinten anschleichen und so einfach mal austricksen. Also, ich war beim Halfway Point. Ah, wir sind hier hinter einer... von dieser Soda-Maschine. Hey, wir haben zwei Practice Points, was machen wir denn jetzt? Wir haben das Cloaking. Machen wir die Smart Vision. Nee, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, dann werde ich mal langsam hier das Cloaking System aufbauen, aber das haben wir voll, das haben wir voll, das haben wir so. Okay. So, wir können jetzt für drei Sekunden pro Energie Zelle. Wir haben jetzt eine genommen. Okay, jetzt gucke ich mal einmal ganz kurz. Und zur Option, äh, Controls, welcher ist meine... Invisibility, Activator, Cloak F1, okay. Okay. Du wunderbar. Wir haben einen Flutes in der Mitte. und die Systeme. Zumindest, Teil davon. Was meinst du? Ich meine, ich fühle mich, als ob ich zu einigen Bereichen der Netzwerke und verabschiedetze von anderen. Nur keine Sicherheitssysteme, ich weiß, kann das so machen. Sprecher es später, Richard. Wenn ich mich an, Ms. Kassan, brauche ich eine bessere Destination, als das Secret Lair. Die holl-Processing-Kloude, die du in 4.0.4 war mit einem massiven Power-Spike. Der Spike begann in einem der größeren Räume. 8.02.11. Ich glaube, das ist, wo sie geöffnet wurde.